Kann man oder sollte man jetzt noch Bitcoin kaufen und in Bitcoin langfristig investieren? Diese Frage beantworte ich mithilfe von der Big Idea Studie von ARK Invest. In Teil 4 in dieser Reihe geht es um den Bitcoin. Steigen wir direkt in die Fundamentalanalyse von ARK Invest zum Bitcoin ein und schauen uns auch an, welches Preisziel ARK Invest für Bitcoin ausgibt. ARK sagt hier, dass der Bitcoin bei einem neuen Allzeithoch steht und auch wenn die Studie schon ein paar Wochen alt ist, ist sie immer noch brandaktuell. Im Vergleich zum letzten extrem starken Run von 2017 sieht ARK Invest aktuell in zur heutigen Zeit einen geringeren Hype-Level als noch vor vier Jahren. Laut ARK planen immer mehr Unternehmen einen Teil ihres Cash-Bestandes in Bitcoin umzuwandeln und ARK hat hier auch voll in Schwarze getroffen gehabt, denn nach Veröffentlichung der Studie hat ja beispielsweise auch Tesla einen Teil seiner Cash-Reserven in Bitcoin investiert. ARK Invest nimmt an, dass wenn alle S&P 500 Unternehmen dem Beispiel von Tesla folgen, aber nur etwa 1% ihres Cashs in Bitcoin investieren würden, dann würde allein dies einen weiteren Kursanstieg um 40.000 US-Dollar bedeuten, ohne weitere Faktoren wie beispielsweise von kleineren Unternehmen oder auch von Fonds oder Privathaushalten. Schaut man sich den Kursverlauf von 2020 an, dann ist zu sehen, dass nach dem Crash im März Bitcoin einen stetigen Anstieg zu verzeichnen hatte. Getrieben vor allem auch durch Investitionen von Unternehmen und großen Investmentgrößen, unter anderem haben im Jahr 2020 MicroStrategy, PayPal und Square für einen Auftrieb gesorgt. Setzt sich der Trend also in diesem Jahr 2021 fort und auch in den Folgejahren und wir sehen weiterhin weitere Investitionen von großen Unternehmen, dann könnte der Preis noch deutlich weiter Auftrieb bekommen, auch noch vom heutigen Level aus. Dabei zeichnet sich ab, dass die Marktteilnehmer den Bitcoin immer mehr mit einem langfristigen Gedanken halten. Während wir im Jahr 2017 und 2018 einen enormen Anstieg von Spekulationen gesehen haben, von denen etwa 60% den Bitcoin nur sehr kurzfristig gehalten hat, hält ein Großteil der Marktteilnehmer den Bitcoin heute länger als ein Jahr und somit langfristig. Wobei man dazu sagen muss, dass vermutlich in diesen Daten auch Bitcoin sind, die bereits verloren gegangen sind und sich nie wieder bewegen werden. Aber auch das unterstreicht im Endeffekt auch weiterhin meinen Investment Case, den ich hier vor sechs Monaten in etwa aufgestellt habe. Das Angebot an Bitcoin wird immer knapper, es interessieren sich aber immer mehr große Investoren für den Bitcoin als Investition. Die Marktkapitalisierung von Bitcoin nimmt durch den weiteren Preisanstieg ebenfalls immer weiter zu. Andere Investoren sagen zum Beispiel voraus, dass Bitcoin langfristig von der Marktkapitalisierung her Gold den Rang ablaufen dürfte. ARK stellt aber fest, dass zusätzlich zu steigender Marktkapitalisierung auch langsam wieder die durchschnittliche Kostenbasis zunehme, was aus charttechnischer Sicht den Bitcoin mittelfristig bei Korrekturen gute Unterstützungslevel bescheren könnte und wir grundsätzlich auch geringere Volatilität sehen könnten als noch in der Vergangenheit. Und das steht jetzt zwar nicht mehr drin, aber der logische Schluss daraus ist auch, dass durch geringere Volatilität auch zusätzlich weitere Investoren gewonnen werden könnten. Vergleicht man zudem den letzten Hype und dann den Crash, dann sehen wir, dass Ende 2017 der Begriff Bitcoin Price eine gigantische Suchanfrage im Internet bei Google zum Beispiel ausgelöst hat, der zu diesem Zeitpunkt einen hohen Preisanstieg verzeichnet hatte. Ich habe es ja bereits in einem anderen Video von mir gesagt, aber der Hype von 2017 und 2018 war vor allem einem großen Andrang von Privatinvestoren geschuldet, die den Preis wie eine Blase kurzfristig extrem schnell hart ansteigen lassen. Auch diesmal sehen wir zwar einen stärkeren Preisanstieg, dieser scheint aber aktuell immer noch in großen Teilen an den Privatinvestoren vorbeizugehen und stattdessen sorgen, wie wir vorhin gesehen haben, vor allem die großen Institute und Unternehmen für einen Preisanstieg durch erhöhte Nachfrage ihrerseits. Mittlerweile hat also das sogenannte Smart Money immer mehr den Bitcoin für sich entdeckt. Der Kursanstieg von Bitcoin ist aber auch an sich nicht komplett losgelöst, sondern sorgt zudem für neue Entwicklungen im Bereich des dezentralisierten Finanzmarktes. Hier ist auch Ethereum hauptverantwortlich, wobei auch Entwicklungen in diese Richtung beim Bitcoin zu sehen sind. Die Rede ist hierbei, dass Kryptowährungen hier dezentral ein vollumfängliches Finanzsystem abbilden können, in dem Kredite möglich sind, aber auch Handel, Investitionen, Zinsen, Pfand, alles was also auch im klassischen Währungssystem abgebildet werden kann. Wie man zum Beispiel mit Bitcoin Zinsen erhält, zeige ich euch auch im nächsten Video, in dem es darum geht, wie man direkt in Bitcoin investieren kann. Denn Direktinvestitionen mit einem Haltejahr von länger als einem Jahr haben eben den Vorteil, dass diese in Deutschland und Österreich komplett steuerfrei sind. Dies aber nur am Rande und auch nur als Aussage von mir als Privatperson ohne steuerlichen Beratungszweck. Wie vorhin erwähnt, geht arg davon aus, dass wenn nur 1% der Cashreserven von den S&P 500 Unternehmen in Bitcoin investiert werden würden, allein dadurch ein nachhaltiger Preiseinstieg um 40.000 US-Dollar zu sehen wäre. Wenn 10% der Cashreserven in Bitcoin von diesen Unternehmen gehalten werden würden, dann dürfte der Preiseinstieg auch 400.000 US-Dollar betragen. Der Effekt wäre aber noch viel größer, denn das würde das Vertrauen in den Bitcoin so immens steigern, dass daraufhin die Privatinvestoren und kleinere Unternehmen ebenfalls nochmal verstärkt in den Bitcoin investieren dürften. Aber hier hört das Thema noch nicht auf, denn ein Großteil des weltweiten Kapitals liegt bei großen Institutionen, Fonds und auch staatlichen Fonds und ganz erreichen Einzelpersonen. ARC nimmt an, dass diese Institutionen und Fonds einen Teil ihrer Investitionen ebenfalls in Bitcoin anlegen werden und so zusätzlich zu einem großen Preisanstieg sorgen dürften. Und auch wenn man von diversen Quellen der Politik und teilweise Zentralbanken sehr kritische Stimmen zu hören bekommt und teilweise über Verbote wie zuletzt in Indien diskutiert wird, passiert tatsächlich im Untergrund ganz, ganz viel, was weiter für das Vertrauen in den Bitcoin sorgen dürfte. ARC führt hier die in den USA sehr wichtige Behörde OCC ein, die im Wesentlichen in den USA verantwortlich ist für die Kontrolle und Überwachung des Kredit- und Finanzmarktes in den USA. Die OCC hat im direkten Zahlungsverkehr und über die Finanzprodukte also eine aktivere Rolle als zum Beispiel sogar die Zentralbank der USA. Ihr Wort hat also ein hohes Gewicht und hier passiert eben in den letzten Wochen und Monaten Erstaunliches, denn die OCC ermöglicht immer mehr den traditionellen Banken direkt teilzunehmen im Bereich der Prozesse und des Kryptonetzwerks. Von Seiten der OCC ist also nicht zu erkennen, dass hier ein Verbot droht. Im Gegenteil, die Öffnung im Zusammenhang mit stärkerer Kontrolle der Mechanismen und gleichzeitiger Bekämpfung von rechtsfreien Räumen und grauen Märkten im Kryptobereich sollte die Glaubwürdigkeit des Bitcoins zusätzlich steigern. Dieses offene Vorgehen der OCC sorgt bereits seit einigen Monaten zu immer mehr Akzeptanz bei den Großen. Bestes Beispiel dafür war auch, dass MicroStrategy Anleihen ausgeben durfte, die nur einen einzigen Zweck hatten, damit Bitcoin zu kaufen. Einer der interessantesten Perspektiven für Fonds und Portfolio-Manager ist es aber, dass Bitcoin eine sehr niedrige Korrelation zu den anderen Assets am Finanzmarkt hat. Das ist jetzt vielleicht für ein paar von euch etwas komplizierter zu verstehen, aber in der Portfolio-Theorie ist es so, dass zwei risikoreiche Anlagenklassen das Gesamtrisiko im Portfolio verringern können, wenn eine geringe oder sogar negative Korrelation zueinander existiert. Stellt es euch so vor, ihr habt in eine Tankstelle investiert und in eine Raffinerie. Die Korrelation zwischen diesen beiden Investitionen ist sehr hoch. Steigt zum Beispiel der Ölpreis oder erhöht der Staat zum Beispiel die Mineralölsteuer, dann wird Öl folglich weniger konsumiert. Der Wert der Tankstelle und der Raffinerie nimmt beides gleichzeitig ab. Investiert man aber statt in die Tankstelle und die Raffinerie, zum Beispiel in eine Tankstelle und ein Solarkraftwerk, ist hier die Korrelation zueinander nicht mehr so hoch bzw. sogar negativ. Fällt also der Wert der Tankstelle sehr stark, ist es wahrscheinlicher, dass das Solarkraftwerk stärker an Wert gewinnt. Aus Portfolioallokation macht es also Sinn, in unterschiedliche Anlageklassen zu investieren, die unabhängig zueinander im Wert steigen und fallen und dadurch keine starke Korrelation oder sogar eine negative Korrelation herrscht. Und Bitcoin hat laut Berechnungen von ARK eine sehr geringe Korrelation zu sämtlichen anderen Anlageklassen am Finanzmarkt. Es korreliert weder besonders stark zu Aktien, Gold, Öl, Immobilien oder Anleihen. Diese geringe Korrelation alleine schon kann also interessant sein, für die großen Portfolio-Manager weltweit, die Milliarden und Billionen an Kapital verwalten. Mittlerweile ist auch neben der Marktkapitalisierung auch das Handelsvolumen so hoch, wie von einem großen S&P 500 Unternehmen, das zudem immer weiter zunehmen dürfte mit steigendem Preis. Die nächste Folie überspringe ich, weil diese im Grunde etwas weniger interessant ist und nur eben nochmal unterstreicht, dass Investoren einfacher auf verschiedenen Wegen und Risikoklassen in Bitcoin investieren können. Diese Folie hier ist interessanter, denn ARK hat eine Monte Carlo Simulation mit einer Million Portfolios durchgeführt, wie sie eben die großen Portfolio-Manager weltweit führen. Und ARK hat dann die ideale Range für diese professionellen Anleger ermittelt. ARK kommt zu dem Schluss, dass man mindestens 2,55% seines Portfolios als Fondsmanager oder Portfolio-Manager in Bitcoin investieren sollte, wenn man eine geringe Volatilität des gesamten Depots erreichen will oder aber 6,55%, wenn man seine Rendite erhöhen möchte. Diese auf den ersten Blick geringen Werte zwischen 2,55 und 6,55 könnten aber aufgrund des gigantischen Volumens der Fondsmanager zu einem zusätzlichen Anstieg des Bitcoin von 200.000 bis 500.000 US-Dollar führen. Rechnet man nun den Preisanstieg zusammen, der durch die Cash-Umwandlung bei den S&P 500 Unternehmen passieren könnte und dem Anstieg durch Abbildung von einem Teil des Portfolios von den ganz großen Vermögensverwalter der Welt, dann kommt ARK Invest im schlechtesten Fall in dieser Studie auf einen weiteren Wertanstieg des Bitcoin um 140.000 US-Dollar und im Idealfall auf einen Anstieg von 900.000 US-Dollar. ARK Invest ist also weiterhin absolut bullisch und selbst wenn man jetzt dieses Video anschaut und der Bitcoin wäre schon bei 80, 90 oder 100.000 US-Dollar, langfristig ist laut ARK immer noch mehr als genug Raum nach oben im Kurs. Dennoch muss man natürlich auch andere Stimmen hören, die in dieser Studie eben nicht zu Wort kommen. Und diese gibt es natürlich auch, die Bitcoin immer noch als wertloses Spekulationsobjekt betrachten, unter anderem ja zum Beispiel die Bank of America. Ich persönlich bin selbst in Bitcoin investiert und werde auch weiterhin langfristig einen Teil meines gesamten Portfolios in Bitcoin halten. Einen Teil habe ich als Zertifikat in meinem Community-Depot und einen größeren Teil in physischen Bitcoin. Physischer Besitz ist meiner Meinung nach ein wichtiger Bestandteil, um in Bitcoin zu investieren. Nachdem ich euch in den anderen Videos gezeigt habe, wie man über ein klassisches Depot in Bitcoin investieren kann, möchte ich euch im nächsten Video zeigen, wie man physische Bitcoin ganz einfach selbst kaufen kann und verwahren kann. Wer bereits vor dem Video einen Blick darauf werfen möchte, der kann gerne einen Blick unter dieses Video werfen. Hier gibt es dann einen Affiliate-Link zu Bitwala, um deren Produkt wird es dann im nächsten Video gehen. Vielen Dank dir fürs Zuschalten und bis zum nächsten Mal. Dein JD. Ciao.